Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr schon sehen könnt, ist hier wieder ein schöner Blu-ray-Film für euch. Und zwar für Groß und Klein diesmal. Es geht um den super schönen Film, um den Schwamm, sein neues Abenteuer, der gelbe Schwamm. Kennt wirklich jeder. SpongeBob Schwammkopf, Schwamm und aus dem Wasser. Ist schon der zweite Kinofilm überhaupt. Das ist sozusagen die Fortsetzung nach dem SpongeBob Kinofilm. Deswegen kommt jetzt der neue Kinofilm, der zweite. Und den habe ich jetzt nicht im Kino gesehen. Aber habe so lange gewartet, bis er auf Blu-ray kommt. Und wurde nicht enttäuscht. Dieser Film ist wirklich klasse, so wie SpongeBob halt sein muss. Ein bisschen bekloppt und sehr lustig. Ich muss sagen, ich bin ein riesen Fan von SpongeBob. Habe schon die Staffeln rauf und runter geguckt. Und natürlich, die Filme dürfen nicht fehlen. Ich habe natürlich jetzt nicht den ersten Film, sondern habe jetzt mit dem zweiten Film angefangen. Mal gucken, ob ich den ersten Film auch nochmal hole. Werde ich sehen. Aber jetzt habe ich mir den zweiten Film geholt. Und muss sagen, der ist sehr witzig. Das Ganze ist FSK 6. Und mit den bekannten Freunden Patrick, SpongeBob, Sandy, Thaddeus und Mr. Krabs. Und anderen schönen Charakteren, die man aus Bikini Bottom kennt. Und ja, dann machen wir mal die Rückseite. Und ich habe mal kurz diesen Schnipsen oben abgemacht, damit ihr mal die Überschrift lesen könnt. Und zwar heißt sie witzig, wunderbar, albern und genial überdreht. So kennt man SpongeBob. Ein bisschen überdreht und ein bisschen übertrieben. Aber das macht diesen SpongeBob einfach aus und seine Freunde. Dieser Film geht 93 Minuten und 16 Minuten Bonus-Material. Zum Beispiel das exklusive Musikvideo und entfernte Szenen und vieles, vieles mehr. Und ein Feature, wo ihr zum Beispiel über den Fernseher schöne Spielereien machen könnt. Aber das könnt ihr dann selber ausprobieren, wenn ihr diesen Film habt selber. Dann machen wir das Ganze mal auf und gucken, was sich dort befindet. Ja, und hier haben wir es jetzt auf. Windiger, spektakulär, eine schöne Blu-ray in Silber gehalten. Dolby Audio, Blu-ray Nickelodeon, Feature-Film und Special Features, FSK 6. Und englische Bezeichnung, das SpongeBob-Movie, Sponge Out of Water. Und natürlich auch ein Wendekover. Ja, meine Lieben Freunde, dann geht auf jeden Fall in den Handel. Und kauft euch diesen wunderbaren Film. Er ist lustig, er ist genial gemacht. Auch der zweite Film hat mal wieder überzeugt für mich. Es lohnt sich auf jeden Fall für jung und alt, diesen Film mal anzuschauen. Gut, meine Lieben Freunde, dann danke ich euch kurz für die Aufmerksamkeit. Und würde mich freuen, wenn ihr mir mal ein Feedback gebt, wie ihr diesen Film findet. Oder was euch vielleicht stört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.